Du bist ein besorgter Bürger? Ja. CSU und AfD sind dir nicht rechtskonservativ genug? Oh ja. Du hast deine Tochter Pegida genannt? Jawohl. Und du fragst dich, wie man am besten mit diesen Ausländern umgehen sollte? Mit dem Baseballschläger verprügeln? Nein. Die Flüchtlingsheime anzünden? Auch nicht. Ab ins Arbeitslager und vergasen? Ganz und gar nicht. Dann hab ich keine Ahnung. Hier ein guter Tipp. Ich bin ganz ohr. Zu den Leuten hingehen? Ja. Und sagen? Ja. Willkommen in Deutschland. Wie kann ich dir helfen? Ach so. Ja, so einfach ist das. Das wusste ich ja nicht. Gut, dass mir das mal jemand sagt. Oh, kein Ding. Danke sehr. Ach dann, ich führe immer gerne. Gastfreundschaft. Super simple stuff. Willkommen in Deutschland. Wie kann ich dir helfen?